Wir haben beraten hin und her und es wäre jetzt wirklich eine riesengroße Gefahr, wenn wir den zweiten Wahlgang antreten und dem bürgerlich-konservativen Lager, welches Hilbert aufgebaut hat, dort die Stimmen wegzunehmen. Am Ende wäre vielleicht sogar Pegida schuld, wenn Stange mit einer Stimme Mehrheit hier ins Rathaus einzieht. Und das gilt es zu verhindern. Punkt.